Jo meine Freunde, was geht ab? Herzlich Willkommen bei den XRP Bros. Ja erstmal ganz ganz liebe Grüße gehen raus an Sinan. Wie gesagt, halt durch und werd schnell wieder fit. Nichtsdestotrotz habe ich ein sehr interessantes Video vorbereitet. Wir haben in der letzten Zeit sehr viele Nachrichten dazu bekommen, dass wir einfach mal unser Portfolio zeigen sollen und wie gesagt auch mal zeigen sollen, welchen Kryptowährungen wir jetzt alle investiert sind. Und was soll ich sagen, wir haben den Bärenmarkt sehr sehr gut nutzen können. Und ich würde sagen, wir labern hier gar nicht lange rum und gucken uns das Spielchen hier an. Ja wir würden uns auf jeden Fall sehr über ein Abo freuen, ein Like, ein Kommentar, wenn ihr natürlich das Video von Anfang bis Ende durchschaut. Und in diesem Sinne Leute, rein in die Olga. So Leute, in jeder unserer Videobeschreibung findet ihr einen Link zu BitWaWO. Einfach, sicher und mit Paypal Kryptos kaufen. Meldet euch über unseren Link an und ihr bekommt 10 Euro und die ersten 1000 Euro sind gebührenfrei. Ja Leute, ich habe hier ein Kreisdiagramm vorbereitet. Mit den Kryptos, wo Sinan und ich uns in den Bärenmarkt sehr sehr gut eindecken konnten. Und wie ihr seht, fangen wir direkt mit den größten Stückchen hier an. Und das sind hier die 21%. Und ich glaube, wir würden nicht XRP Deutschland heißen, wenn wir nicht einen großen Anteil wirklich an XRPs halten. Was aber auch ganz wichtig zu sagen ist, dass Sinan und ich zusammen auch schon etwas länger in XRP investiert sind. Und auch da schon eine gewisse Anzahl mitgebracht haben. Und diesen Bärenmarkt wirklich sehr gut diversifizieren konnten. Also wirklich unser Geld streuen konnten. Wir sagen es ja mal wieder, es ist ganz ganz wichtig, dass wir nicht alles in ein Projekt stecken. Also nicht nur dieses maxige Tour, all in den XRP. Auch wenn wir zu eine Million Prozent überzeugt sind. Sondern auch wirklich unser Geld streuen und wirklich alles mitnehmen. Und wie gerade schon erwähnt, mit 21% Ripple XRP als größte Position bei uns im Portfolio. Ja, XRP kennt ihr alle. Ich glaube, ich muss es nicht mehr groß erklären. Aber XRP ermöglicht Echtzeit-Transaktionen zwischen Banken zu minimalen Kosten. Nutzt XRP als Brückenwährung, günstig, sicher und extrem schnell zu sein. Und das wirklich so, wie es kein Unternehmen macht. Mit unglaublich krassen Partnern. Ich glaube, das brauche ich hier nicht mehr erklären. Und ich würde sagen, wir gucken uns die anderen Projekte an. Und der Platz 2, den teilen sich gleich drei Krypto-Projekte. Und zwar das erste Krypto-Projekt, würde ich mal sagen, gucken wir uns hier an. Mit 8% geht in Render-Token. Render ist eine Blockchain-basierte Rendering-Plattform, die GPU-Leistungen für Künstler und Content-Ersteller bereitstellt. Nutzer können ungenutzte GPU-Leistungen vermieten und dafür Render-Token verdienen. Es ermöglicht qualitatives, hochwertiges Rendering zu einem Bruchteil der traditionellen Kosten. Wirklich unglaublich mit Partnerschaften wie Google. Ja, jetzt schon krasse Anwendungsfälle, die in Zukunft meiner Meinung nach auch unausweichlich ist. Gerade bei Rendering-Technologie, was sehr, sehr wichtig sein wird. Werden wir uns die ganze Web-Free-Welt hier anschauen. Ja, weitere 8% gehen in Stellar-Lumens. Und zwar XLM ermöglicht es, grenzüberschreitende Transaktionen zwischen beliebigen Währungspaaren bereitzustellen. Stellar verbindet Banken, Zahlungssysteme und Menschen, um Geldtransfer zu erleichtern. Der geht auch speziell in Entwicklungsländern rein, gerade für kleine Transaktionen. Man sagt immer oft, Ripple ist der große Bruder, der große Transaktionen abwickelt. Und ja, XLM, sage ich mal, für die kleinen Transaktionen bietet einfach auch schnellere, sichere und nahezu kostenlose Transaktionen. Und die weiteren 8% auf dem Platz 2 gehen hier in Bitcoin. Und ich denke wirklich, Bitcoin gehört in jedes Portfolio mit rein. Deswegen auf jeden Fall auch hier Bitcoin ganz klar mit 8% auch nochmal drin. Ja, der Platz 3, wo wir 7% unseres Geldes drin gesteckt haben, ist Chainlink. Chainlink wirklich ein sehr interessantes Projekt, gerade in Bezug zur Interparabilität. Und Chainlink verbindet einfach Smart Contracts mit realen Daten, Ereignissen und Zahlungen. Es ermöglicht die Interaktion von Smart Contracts mit externen Datenquellen und das sehr sicher. Und Chainlinks, Oracles erhöhen die Funktionalität und den Anwendungsbereich von Blockchain-Plattformen. Also auch hier einfach das Wichtige in Zukunft, dass die ganzen Plattformen, die ganzen Blockchains immer connected werden, damit ein großes Ökosystem zusammen entsteht. Weil Leute, ganz, ganz wichtig, es wird nicht nur ein System laufen, sondern wirklich viele Systeme zusammen. Und dafür brauchen wir gerade solche Dinge wie Chainlink. Und auch hier Partnerschaften mit unter anderem Swift, einfach unglaublich. Ja, Platz 4 mit 6% sind wir bei Ethereum. Und auch wenn ich, ja ich eventuell immer wieder, kein großer Ethereum-Fan bin, finde ich, ist Ethereum auch, wie gesagt, Bitcoin, Ethereum, meiner Meinung nach wichtig in seinem Portfolio drin zu haben. Eine Layer-1-Blockchain, wo jetzt schon so viele Projekte drauf aufbauen. Es ermöglicht einfach die Erstellung und Ausführung von Smart Contracts, bietet eine Plattform für dezentrale Anwendungen, also die Apps. Und ja, Ethereum hat seinen eigenen Token, der für Transaktionen und die Ausführung von Smart Contracts verwendet wird. Und somit, wie gesagt, Smart Contracts bringen Anwendungen auf die Blockchain und deswegen auch der hohe Preis. Und ich denke in Zukunft, auch wenn meiner Meinung nach, wie gesagt, Ethereum sehr überbewertet ist, wird da noch sehr, sehr viel kommen. Dem Platz 5 teilen sich gerade wieder zwei Projekte, jeweils 5%, dann auch wieder ein Projekt. Solana auch im Bereich Smart Contracts. Solana eine leistungsstarke Blockchain, die für D-Apps und Krypto-Projekte bekannt ist. Also ähnlich wie Ethereum, nur deutlich höher skalierbar, also viel, viel schneller. Was man jedoch auch erwähnen muss, Solana in der Vergangenheit sehr viele Ausfälle gehabt, was mit anderen Krypto-Projekten jetzt nicht so vergleichbar ist. Wie gesagt, Ripple hat zum Beispiel noch nicht einen Ausfall gehabt, eine Runtime von 100% in über 10 Jahren, was wirklich unglaublich ist. Aber hier Solana, ich glaube einfach an den Preis, dass wir wirklich das All-Time-Height zu 100% wieder erreichen werden. Und da denke ich, ist Solana auch ein Krypto-Projekt, was sehr, sehr interessant werden kann, damit wir gute Gelder mitnehmen können. Ja, die anderen 5% gehen, wie kann es auch anders sein, in Algorand. Algorand, eine dezentralere, sichere, unskalierbare Blockchain, verwendet einen einzigartigen Konsensusmechanismus, der Pure Proof-of-Stake, um schnelle Transaktionen zu ermöglichen. Und Algorand zielt darauf ab, die Lücke zwischen dezentralen und traditionellen Finanzsystemen zu schließen. Also auch Algorand-Projekt, was jetzt gerade noch ein bisschen in einer Schusslinie, sage ich mal, ist der SEC. Aber ich denke, gerade bei den Preisen kann man noch aktuell auch sehr, sehr gut akkumulieren und wird in der nächsten Zeit durch Anwendung auch ein Projekt sein, meiner Meinung nach, persönlicher Meinung nach, was alles auseinandernehmen wird. Die nächsten beiden Projekte auch wieder jeweils 4% investiert. Und hier, wie kann es anders sein, Quant muss natürlich auch mit am Start sein, auch wie Chaining im Bereich Interoperabilitätslösung, sehr, sehr wichtig. Und bietet die Overledger-Plattform, die die Interledger-Zugriff zwischen verschiedenen Blockchains ermöglicht. Also auch hier das Connecten von verschiedenen Blockchains, damit, sage ich mal, alle interoperabel zusammen agieren können, dieses Ökosystem zusammen funktioniert. Es ermöglicht außerdem noch Erstellung von Multi-Chain-Anwendungen, also M-Apps. Ja, die anderen 4% in Nier-Token, also ins Nier-Protokoll. Nier ist eine skalierbare und benutzerfreundliche Blockchain-Plattform und ermöglicht es Entwicklern, die Apps mit hoher Leistung und Sicherheit zu erstellen und verwendet einen einzigartigen Shading-Design, um Transaktionen effizient zu verarbeiten. 3% gehen in Hedera Hashgraph, in Hagebar. Und meiner Meinung nach ist das noch ein Projekt, wo noch ein bisschen mehr Geld reinfließen muss, sage ich mal, solange es die Möglichkeit noch gibt. Ich bin auf jeden Fall auch sehr überzeugt von diesem Projekt, weil Hedera Hashgraph nutzt keine Blockchain, sondern eine Hashgraph-Technologie und wird für Anwendungen verwendet, die hohe Durchsatzraten und Mikro-Transaktionen erfordern. Und Hedera bietet auch Smart Contract-Funktionalitäten und Datenspeicherung, also auch gerade im Bereich Datenspeicherung sehr interessant. Sehr starke Partnerschaften auch zur Regierung, zum Militär gehabt. Wir haben immer gesagt, Hedera der Türsteher des Internets. Also auch hier Datensicherung sehr interessant. Weitere 3% gehen in VeChain rein. VeChain, eine Blockchain-Lösung für Lieferkettenverwaltung, ermöglicht einfach Unternehmen Produkte während des gesamten Lebenszyklus zu verfolgen und zu authentizifizieren. VeChain wird auch in Bereiche wie Lebensmittelsicherheit, Luxusgüter und Pharmazeutika eingesetzt. Partnerschaften wie Louis Vuitton, BMW und wirklich viele weitere Partnerschaften, die, denke ich, auch da im Lieferkettenbereich und nicht nur im Lieferkettenbereich große Anwendungen finden werden. Weite 3% gehen in Dogecoin. Und ja, Leute, da hoffe ich einfach wirklich auf Elon Musk. Muss ich hier ganz ehrlich sagen, da gibt es keinen größeren Grund. Wir wissen, dass Elon Musk mit Twitter mit X ziemlich viel vorhat. Er möchte quasi das WeChat des Westens werden mit Messaging-Systemen, also WhatsApp, Bezahlsystemen wie PayPal und so weiter. Also alles in ein und ja, ich denke, dass da Dogecoin schon sehr interessant werden kann, da wir es in der Vergangenheit ja auch gesehen haben. Deswegen einfach Dogecoin auch noch hier mit drin. Jo, Leute, eigentlich wollte ich die Projekte mit einem dicken Use Case, also die in Zukunft wirklich Anwendungen, wo ich wirklich Anwendungen sehe, auch in 10 bis 15 Jahren noch mit den Meme-Coins trennen. Aber wir haben hier Dogecoin auch noch mit reingenommen und sehe ich auch noch als Meme-Coin. Und da würde ich nochmal ein Projekt, wo ich wirklich sehr, sehr großes Potenzial sehe, auch mit reinnehmen. Und das ist Wallstreet-Memes. Haben wir in der letzten Zeit auch schon öfters darüber berichtet. Ich glaube, die meisten, die haben auch schon mitbekommen, der Sinan hat mit den guten Krypto-Universe, ganz, ganz liebe Grüße gehen raus, eine kleine Wette am Laufen. Es geht um einen sehr saftigen Döner. Jeder hat sich da ein Projekt rausgesucht, ein Meme-Coin-Projekt. Und sie sind quasi gegeneinander angetreten. Ich glaube, die meisten sollten das noch auf dem Schirm haben. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich habe ja hier die Rolle als Schiedsrichter eingenommen. Was man im Vorhinein sagen muss bei solchen Projekten, ganz klar. Man muss auch Gewinne realisieren, dass es jetzt, auch wenn jetzt hier, ich gehe da gleich nochmal drauf ein, ein kleiner Use-Case kommt, ist es immer noch ein Meme-Coin. Und man muss immer schön Gewinne mitnehmen. Wir wissen, die Community ist das Wichtigste. Wir sehen es immer wieder bei Pepecoin, Shiba Inu, Dogecoin, wie wichtig bei gerade solchen Projekten die Community ist und aussagt, was in Zukunft da passieren kann. Und hier sehen wir auch einfach bei Instagram, bei Twitter, bei X, ja hier 313.000 Follower, hier 540.000 Follower auf Instagram. Das kann man dem Projekt auf jeden Fall nicht abschreiten. Ich sage es ja immer wieder, Meme-Coins ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte und es ist auch sehr, sehr riskant. Man kann sein ganzes Geld sehr schnell verlieren, aber man kann auch sehr schnell sehr viel Geld da machen. Deswegen behaltet immer den Kopf, wie gesagt, wie gerade erwähnt, Gewinne mitzunehmen und das Ding nicht zu lange zu hoddeln. Wall Street Memes entwickelt sich von einem Meme-Coin zu einem Meme-Coin mit Anwendung, was ich sehr, sehr interessant finde. Und zwar Wall Street Memes Casino ist jetzt am Start gegangen. Und hier hat man Möglichkeiten, mit benutzerdefinierten Wall Street Memes spielen, Sportwetten, Live-Casino und der Integration von dem WSM-Token noch weiter zu gambeln und Glücksspiel zu betreiben. Mit benutzerdefinierten Wall Street Memes spielen, Sportwetten und einem Live-Casino und der Integration von WSM-Token kann man hier, wie gesagt, im Casino zocken. Ein Einzahlungsbonus von über 200 Prozent, über 5000 Spiele und wie gesagt auch Sportwetten am Start. Und bis auf, dass ich ja ganz, ganz selten am Wochenende mal tippe, also Fußball tippe oder Meme-Coins trade, ist ja Glücksspiel nicht wirklich was für mich, aber für die Leute, die sich da interessieren. Ich finde der Aufbau von der Seite sehr, sehr interessant, wenn wir uns jetzt mal hier Sport, also die Tipp-Seite anschauen. Ist das sehr einfach aufgebaut und hier können wir sogar den tollsten Verein tippen und zwar Preußen-Münster, Leute. Ist mit integriertem Casino, integrierter News-Plattform und ja, eine Bewegung von der Krypto-Community und hoffen natürlich, dass wir hier dicke Gewinner einfahren. Aber ganz, ganz wichtig hier zu sagen, bei den Meme-Coins muss man es immer erwähnen, es ist was anderes als bei den anderen Projekten, wo ich wirklich zu 100%igen Use-Case sehe. Auch wenn wir hier kleine anfängliche Use-Cases haben, kann man es natürlich nicht mit Ripple XRP vergleichen. Aber ja, hat auf jeden Fall auch seine Daseinsberechtigung für den nächsten Bullrun. AVAX bietet eine hochskalibere Blockchain-Plattform für benutzerdefinierte Netzwerke und D-Apps. Es verwendet das Avalanche-Konsensus-Protokoll und schnelle und sichere Transaktionen zu gewährleisten. Und Avalanche unterstützt mehrere benutzerdefinierte Blockchains und ermöglicht Interoperabilität zwischen ihnen. Als nächstes Projekt Multiverse X, eGold, auch sehr interessant. Ja, hört man finde ich gar nicht so viel von. Damals Eron, jetzt Multiverse X, ist eine Blockchain, die hohe Skalierbarkeit und geringe Latenz bietet. Es verwendet den Secure Proof-of-Stake und Adaptive-State-Sharing, um schnelle Transaktionen zu ermöglichen. Und Eron bietet auch ein Token-Wirtschaftssystem und eine Wallet für Benutzer. Ja, wir haben sehr, sehr viele Projekte, Leute. Ich würde sagen, ich gehe das jetzt mal eben zickzackmäßig nochmal durch. Was ich sehr interessant finde, Fetch.ai, auch im Bereich KI, finde ich nicht zu unterschätzen. Fetch.ai ist eine dezentrale KI-Plattform für Smart Contracts und ermöglicht die Automatisierung von komplexen Aufgaben mit Hilfe von KI-Agenten und wird im Bereich Finanzen, Energie und Lieferketten eingesetzt. Also auch hier sehr interessant. Ich denke, die KI-Projekte werden in den nächsten Berunden auch einen sehr, sehr dicken Push erreichen. Deswegen auch Fetch.ai auch mit reingenommen als nächstes Projekt, um auch hier zu streuen. Im Bereich Gaming haben wir nochmal Sandbox mit reingenommen. Ich finde, es ist wirklich sehr, sehr wichtig, hier zu diversifizieren und wirklich jeden Bereich mit reinzunehmen. Manche Bereiche vielleicht ein bisschen mehr ausgeprägt, manche etwas weniger. Aber hier Sandbox, denke ich, das wird auch noch sehr interessant werden. Und die Sandbox ist ein virtuelles Weltenspiel, in dem Benutzer eigene Erlebnisse erstellen und monetarisieren können. Er ermöglicht den Handel von virtuellen Gütern und Mobilien mit den Sand-Token. Und Benutzer können auch Spiele und Erlebnisse für andere erstellen. Also hier eine Plattform, die hoffentlich natürlich im Bereich Gaming noch sehr, sehr viel Anwendung finden wird. Damit auch die X-Coins, sag ich mal, komplett sind, ist es ganz, ganz wichtig, finde ich, auch XINFIN noch mit reinzunehmen. Also XDC, auch ein unglaublich geiles Projekt. XINFIN, eine Hybrid-Blockchain, die sowohl private als auch öffentliche Netzwerkkonfigurationen unterstützt und wird für grenzüberschreitende Finanztransaktionen und Handelsfinanzierung verwendet. XINFIN bietet auch Tools für Entwickler, um D-Apps und Smart Contracts zu erstellen. Und ja, viele weitere Möglichkeiten hier. Auch ein sehr interessantes Projekt. Meiner Meinung nach XAP, XLM und XDC sollen auch im Portfolio auf jeden Fall am Start sein. Ja, mit ein paar Prozent an einem etwas kleineren Projekt und zwar Constellation Deck. Constellation bietet eine skalierbare und sichere Blockchain-Lösung für Big Data und Dateninfrastruktur. Verwendet ein Deck-Protokoll, um hohe Durchsatzraten und Nullgebühren Transaktionen zu ermöglichen. Constellation wird im Bereich wie Gesundheitswesen, Telekommunikation und Transport eingesetzt. Auch hier nochmal Bereiche, die Constellation abdeckt, wo ich es auch sehr interessant finde, mit auch wirklich hier sehr, sehr guten Partnern. Ja, ein Prozent gehen hier noch in Polygon-Matic rein. Polygon ist ein Framework zur Erstellung von Ethereum-kompatiblen Blockchains und bietet Lösungen für Skalierbarkeit und Interoperabilität von Ethereum. Mit Polygon können Entwickler eigenständige Blockchains oder sekundäre Ketten neben Ethereum erstellen. Filecoin, das nächste Projekt, ein dezentrales Speichernetzwerk, das Benutzer für das Teilen ihrer Speicherplatzes belohnt. Es ermöglicht sichere und kostengünstige Speicherlösungen und wird oft als Alternative zu traditionellen Cloud-Speicherlösungen verwendet. Als Schlusslicht haben wir Casper, eine Proof-of-Stake-Blockchain, die auf Skalierbarkeit und Sicherheit ausgerichtet ist. Es bietet eine dezentrale Plattform für Entwickler und die Apps und Smart Contracts zu erstellen. Casper legt besonders Wert auf Energieeffizienz und nachhaltiges Blockchain-Design, was sehr wichtig in Zukunft sein wird. Und ja, hier auch Casper, ein Projekt, wo wir in der nächsten Zeit noch ausstocken werden. Das war unser Krypto-Portfolio und mich würde jetzt ganz, ganz brennend interessieren, welche Projekte ihr davon auch investiert seid und welche Projekte noch gefehlt haben. Was ganz wichtig ist zu erwähnen, wir haben noch weitere Projekte. Das ist jetzt das Portfolio von Sinan und mir zusammen. Wir können dann nochmal ein Video machen, falls es euch interessiert hat von jedem von Sinan und mein eigenes privates Krypto-Portfolio, aber hier erstmal unser beides zusammen. Sinan und ich würden uns wirklich sehr über ein Abo freuen, ein Like, ein Kommi, wenn ihr wirklich auf allen Plattformen vorbeischauen würdet. Ein Link, wo ihr die ganze Kryptowährung sicher mit den niedrigsten Gebühren und mit geilen Bonus, wenn ihr euch über unseren Link und damit uns auch unterstützt, anmeldet, ist in der Beschreibung verlinkt. Deswegen Leute, in diesem Sinne, haut rein Leute! Und wie es weitergeht, das erfährst du täglich hier. Wir sind die Krypto-Jünger und das ein Leben lang. Die XRP-Armee wird kämpfen bis zum Untergang, bis dass die letzte Wallet ihren letzten Coin verbrennt und unser Kurs sich wie Phönix von der Arsche trennt.